Hildegard Frieda Albertine Kneff war eine deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin, Chansonsängerin und Autorin. Während sie im deutschsprachigen Raum als Hildegard Kneff bekannt war, nannte sie sich von 1948 bis circa 1968 außerhalb des deutschsprachigen Raumes Hildegarde Kneff. Sie war seit 1950 US-amerikanische Staatsbürgerin. Leben Familie Hildegard Kneff wurde 1925 als Tochter des flämischstämmigen Tabakkaufmannes und Prokuristen Hans Theodor Kneff und seiner Gattin Frieda Auguste, Geb. Grön, in Ulm geboren. 1926 starb der Vater an Syphilis, und die Mutter zog mit ihrer Tochter nach Berlin, wo Hildegard im damaligen Bezirk Schöneberg eine Mittelschule besuchte, die im gleichen Gebäudekomplex wie die Rückertschule untergebracht war. 1933 heiratete ihre Mutter den Schuhmachermeister und Lederfabrikanten Wilhelm Wolfestig. Aus der Ehe ging Kneffs Halbbruder, der Jazzmusiker Heinz Wolfestig, hervor. Er starb im August 1978 unter ungeklärten Umständen 41-jährig in Berlin. Seinen plötzlichen Tod verarbeitete sie 1982 in ihrem Buch so nicht. Ehen Hildegard Kneff war dreimal verheiratet. Von 1947 bis 1953 mit Kurt Hirsch, einem US-Amerikaner deutsch-schechisch-jüdischer Herkunft. In Hollywood arbeitete er als Agent für Schauspieler, konnte aber nicht verhindern, dass die Vertragsfirma seiner Frau jahrelang keine Rollen gab. Von 1962 bis 1976 mit dem britischen Schauspieler David Cameron, der auf einer Tournee durch Deutschland in dem Stück, nicht von gestern, auch gemeinsam mit ihr auftrat. Er ist der Vater ihrer Tochter Christina Antonia, verha. Gardiner. Von 1977 bis zu ihrem Tod im Jahre 2002 mit dem aus einem alten österreichisch-ungarischen Adelsgeschlecht stammenden Paul Rudolf Freiherr von Schell zu Bauschlott. Ufa Jahre im Alter von 15 Jahren verließ sie mit der mittleren Reife die Schule und begann eine Ausbildung als Zeichnerin in der Trickfilm-Abteilung der Ufa Filmstudios in Berlin-Mitte. 1943 wurde Ufa-Filmchef Wolfgang Liebeneiner auf sie aufmerksam, und sie erhielt eine Ausbildung zur Schauspielerin. Ihre Schauspiellehrer waren Karl Meixner und die damalige Ufa-Nachwuchschefin Else Bongers, die zu ihrer Mentorin und lebenslangen Beraterin wurde. 1944 begann Kneff eine Affäre mit dem Reichsfilmdramaturgen Ewald von Demandowski, der zugleich auch Produktionschef der Filmfirma Tobis war. Noch vor Ende des Krieges trat sie erstmals in Filmen auf. Frühe Nachkriegszeit 1945 trat Hildegard Kneff im Kabarett sowie im Theater auf und lernte den US-Kontrolloffizier Kurt Hirsch kennen, den sie am 15. Dezember 1947 heiratete. Ihre ersten Theaterrollen gab ihr Boleslav Balog am Schlossparktheater 1946. Wolfgang Staute sah Kneff auf der Bühne und engagierte sie für den ersten deutschen Nachkriegsfilm Die Mörder sind unter uns, der sie auch international bekannt machte. Danach spielte sie weiter Theater und synchronisierte nebenbei sowjetische Filme für die DEFA. Für ihr Spiel in Film ohne Titel erhielt sie 1948 in Locarno den Preis als beste weibliche Darstellerin. Am 1. August 1948 war Hildegard Kneff auf dem Cover der ersten Ausgabe der neuen Illustrierten Stern abgebildet. Sie wurde zum ersten großen deutschen Nachkriegsstar. Aufgrund des internationalen Erfolgs des Films Die Mörder sind unter uns und flankiert von einem mehrseitigen Bericht im US-Magazin Live unterbreitete der Hollywood-Produzent David O. Selznick Kneff das Angebot, in die USA zu kommen. Anfang 1948 unterschrieb sie für sein Studio einen Siebenjahresvertrag, der ihr zwar wöchentlich einen recht lukrativen Scheck einbrachte, aber keine Rollen. Zwischen Sprachunterricht und Probeaufnahmen lernte sie in den Vereinigten Staaten Marlene Dietrich kennen. 1950 wurde sie US-amerikanische Staatsbürgerin. Zwischen Europa und USA 1950 kehrte Hildegard Kneff kurz in die Bundesrepublik Deutschland zurück, um den Willi-Forst-Film Die Sünderin zu drehen. Erst durch Proteste der katholischen Kirche wurde der melodramatische Film mit der Thematisierung der Tabus Prostitution und Suizid und einer kurzen Nacktszene Kneffs zu einem der größten Skandale im deutschen Nachkriegskino, mit Demonstrationszügen für und gegen die Sünderin, verbarrikadierten Kinos, Verbot des Films in zahlreichen deutschen und europäischen Städten, Klageverfahren bis hin zum Bundesverwaltungsgericht und Bundesgerichtshof. Der katholische Protest entzündete sich vor allem an der Tötung auf Verlangen, die in der Schlussszene gezeigt wurde und die an die Euthanasie-Propaganda des »Dritten Reiches«, in dem Film »Ich klage an« von Wolfgang Liebeneiner erinnerte. Die Sünderin wurde damals allein in der Bundesrepublik von über sieben Millionen Kinobesuchern gesehen. Im Zusammenhang mit dem Erfolg des Films veröffentlichte Kneff u. a. im Oktober 1951 ihre erste Schallplatte. Als Grenzverletzerin geächtet, floh Kneff umgehend zurück nach Hollywood, um für die Filmfirma 20th Century Fox, bei der sie nun unter Vertrag stand, eine Reihe von Filmen zu drehen. Zwischen den Dreharbeiten in den USA, bei denen sie auch Marilyn Monroe kennenlernte und ihre Hand- und Fußabdrücke vor Hollywoods legendärem Premierenkino, dem Graumens-Chinese Theater, verewigte, trat sie auch in deutschen, britischen und französischen Filmproduktionen auf. 1955 debütierte sie am Broadway in dem Musical Silk Stockings von Cole Porter – sie ist somit die einzige Deutsche, der es bisher gelungen ist, in einer Hauptrolle am Broadway zu debütieren. 1957 verließ Kneff die USA, nachdem sie sich mit 20th Century Fox überworfen hatte. Die Konkurrenzfilmgesellschaft MGM hatte die Filmrechte von «Silk Stockings» erworben und wollte Kneff für die Hauptrolle des gleichnamigen Films haben. Doch Fox gab sie nicht frei, sondern bestand darauf, dass sie zunächst die vertraglich mit Fox vorgesehenen Filme zu drehen habe, die sich aufgrund ihrer Broadway-Verpflichtung zeitlich verschoben hatten. Kneff kehrte daraufhin in die Bundesrepublik Deutschland zurück. Durch den Vertragsbruch mit Fox beendete Kneff im Prinzip ihre Filmkarriere in den USA. Film und Musik den Zenit ihrer Filmkarriere hatte Hildegard Kneff bei ihrer Rückkehr aus Hollywood 1957 überschritten. In Deutschland mehr oder weniger noch und nach einem Filmflop – wieder geächtet – drehte sie in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren vornehmlich in England und Frankreich, zum Teil in anspruchsvollen und auch erfolgreichen, überwiegend aber in mittelmäßigen Produktionen. 1959 lernte sie bei Dreharbeiten in Großbritannien ihren zweiten Ehemann, den damals noch verheirateten David Cameron kennen. In diesen Jahren trat Kneff in ihrer Rolle als Sängerin vermehrt in den Vordergrund – u. a. 1959 in der BBC-Fernsehshow The Hildegarde Neff Show. Bereits in ihren frühen Filmen hatte sie häufig gesungen – z. b. in dem Film Al Raune, in dem Melodram Illusion in Moll oder in dem Hemingway-Drama Schnee am Kilimanjaro, in dessen Originalfassung sie zwei Lieder von Cole Porter gesungen hatte. Der war von ihrer Interpretation so angetan, dass er sie als Hauptdarstellerin für seine Produktion Silk Stockings engagierte. Als Ninochka feierte sie von 1954 bis 1956 am Broadway große Erfolge. Auch die Schallplatte verkaufte sich in den USA sehr gut. 1957 nahm sie dann eine EP mit mehreren Liedern in England und später auch Jazzplatten in Frankreich auf. Aufgrund der positiven Resonanz ihrer zweiten Karriere, im Ausland wurde man auch in Deutschland wieder auf sie aufmerksam. 1962 kam es zur ersten Schallplatten-Aufnahme in Deutschland seit 1952. Die Single Er war nie ein Kavalier wurde zu einem Verkaufserfolg. 1963 veröffentlichte sie ihre erste LP So oder so ist das Leben. Mit den Titeln aber schön war es doch, Mackie Messer und Eins und Eins – Das macht zwei – kam sie in die deutschen Single-Charts. Als Chansongsängerin erhielt Knef nun auch erste Shows im deutschen Fernsehen. 1965 schrieb sie erstmals einen eigenen Liedtext. Die LP Ich seh die Welt durch deine Augen mit selbst verfassten Texten wurde 1966 zu einem großen Erfolg. Im selben Jahr kam es zu ihrer ersten Konzerttournee. Der Erfolg ihrer Platten hielt in den nächsten Jahren an. 1968 kam ihre Tochter Christina Antonia durch einen Kaiserschnitt zur Welt. Sie selbst schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Im selben Jahr noch erschien ihr optimistisch-ironisches Erkennungslied Für mich soll's rote Rosen regnen. Ella Fitzgerald bezeichnete Hildegard Knef als die beste Sängerin ohne Stimme. Das rauchige Organ, die präzise, zuweilen schnoddrige, dabei aber durchweg gefühlvolle Art des Vortrags und die von Klugheit und lakonischer Ironie geprägten eigenen Texte machten Knef zu einer einzigartigen Erscheinung in der deutschsprachigen Unterhaltungsmusik. Sie trat mit erstklassigen Begleitbands auf. Bestseller 1970 veröffentlichte Hildegard Knef ihr autobiografisches Werk Der geschenkte Gaul, an dem sie Jahre gearbeitet hatte und das auf Platz eins der Spiegel-Bestseller landete. Das Buch wurde in 17 Sprachen übersetzt und zum international erfolgreichsten Buch eines deutschen Autors seit 1945. 1970 bzw. 1971 erschienen ihre Musikalben Knef und Worum geht's hier eigentlich?, vertont von Hans Hammerschmidt und Leigh Humphries. Kommerziell waren diese Beat- und Pop-beeinflussten Arbeiten weniger erfolgreich als frühere Werke. 1975 kam von ihr das Urteil heraus, ein Buch über die Krankheit Krebs, an der sie selbst erkrankt war und das infolge seiner Direktheit zu großen Diskussionen Anlass gab. 1976 stand das Buch U. A. an zweiter Stelle der US-Bestsellerliste. Im selben Jahr wurde sie nach 14 Ehejahren von David Cameron geschieden. Höhen und Tiefen ab 1977 verkauften sich ihre Platten nur mehr schleppend. Hildegard Knef heiratete in dritter Ehe den 15 Jahre jüngeren Paul von Schell, einen ungarisch-amerikanischen Adeligen. Nachdem Knef seit ihrer Krebserkrankung in den folgenden Jahren die Schlagzeilen dominierte und sich um 1980 eine regelrechte Schlacht mit der Boulevardpresse lieferte, flüchtete, sie 1982 mit ihrem Mann und ihrer Tochter von Berlin nach Los Angeles. Nach dem Presserummel war Knef für die nächsten Jahre im deutschsprachigen Raum abgeschrieben. Verwundert wurde noch zur Kenntnis genommen, dass ihr die Presse in L. A. Schlagzeilen und mehrseitige Berichte widmete, Hildegarde Knef back to Hollywood. Allerdings konnte sie in den Folgejahren, abgesehen von wenigen amerikanischen Produktionen in Hollywood, nicht mehr richtig Fuß fassen. 1987 feierte sie ein erfolgreiches Comeback als »Fräulein Schneider« in John Kanders und Fred E. Bebes Musical Cabaret im Berliner Theater des Westens unter der Regie von Helmut Baumann, mit U. A. Helen Schneider, Wolfgang Reichmann und Utz Richter an ihrer Seite. 1989 zog sie von den USA wieder nach Deutschland und war hoch verschuldet. 1992 veröffentlichte Knef ihre erste Single seit fünf Jahren, eine Neuinterpretation von »Für mich soll's rote Rosen regnen« zusammen mit der Rockband Extrabreit. Zugleich erhielt sie zahlreiche Ehrungen sowie Anerkennung für ihr Lebenswerk, spielte kleine Nebenrollen im Fernsehen und war als legendärer Film- und Chansons-Star in Fernseh- und Talkshows zu sehen. 1999 erschien »17 mm«, produziert von Till Brönner, ihre erste LP seit 1980 und ihre letzte überhaupt. Sie war ein Achtungserfolg und konnte sich in den Charts platzieren. Etwas, was ihr seit 1969 nicht mehr gelungen war. Die Veröffentlichung erhielt zudem einen German Jazz Award für über 10.000 verkaufte Tonträger. Die letzten Jahre waren von Krankheiten überschattet. 2001 erlitt Knef einen Lungenkollaps, der einen monatelangen Krankenhausaufenthalt notwendig machte. Zeitlebensstarke Raucherin litt sie an den Auswirkungen eines Lungenemphysums. Am 27. Juni 2001 erhielt sie wieder die deutsche Staatsangehörigkeit. Zwei Wochen nach ihrem letzten öffentlichen Auftritt in der Johannes B. Kernershow starb Hildegard Knef in der Nacht auf den 1. Februar 2002 gegen zwei Uhr im Alter von 76 Jahren an einer akuten Lungenentzündung. Bundespräsident Johannes Rau und Bundeskanzler Gerhard Schröder wandten sich mit Kondolenzschreiben an den Witwer. Sieben Tage später, am 7. Februar 2002 fand die Trauerfeier in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und die Beisetzung auf dem Waldfriedhof Zehlendorf in einem Ehrengrab der Stadt Berlin statt. Nach Hildegard Knefs Tod die Deutsche Kinemathek in Berlin übernahm 2002 ihren persönlichen Nachlass und zeigte Ende des Jahres erste Stücke daraus in einer Ausstellung. Am 27. Dezember 2002 gab die Deutsche Post im Rahmen der Serie »Frauen der deutschen Geschichte«, eine Sonderbriefmarke mit dem Porträt der verstorbenen Künstlerin heraus. Der Platz vor dem Kongresscenter in Ulm, welcher in der Nähe zu ihrem im Zweiten Weltkrieg zerstörten Geburtshaus in der Turmgasse 15 liegt, erhielt im Jahr 2002 den Namen Hildegard Kneppplatz. 2003 wurde die Musical-Fassung ihrer Autobiografie Der geschenkte Gaul in Wilhelmshaven unter der Regie von Friese mit großem Erfolg und bundesweitem Medienecho uraufgeführt. Anlässlich des 80. Geburtstags von Hildegard Knepp fand 2005 die Berliner Erstaufführung des Musicals am Hansa-Theater unter der Regie von Christian Alexander Schnell und Thomas Grandoch statt. Vom 7. Dezember 2005 bis 27. Februar 2006 zeigte das Schwule Museum in Berlin die Ausstellung »Hilde Knepp – Halt mich fest«. Eine Hommage von Dieter Bornemann zum 80. Geburtstag von Hildegard Kneppplatz. Am 17. Dezember 2007 erhielt der westliche Vorplatz des Fernbahnhofs Berlin-Südkreuz den Namen Hildegard Kneppplatz. Die Benennung darf nach einem Berliner Gesetz erst fünf Jahre nach dem Tod des Geehrten erfolgen. Als Begründung für die Benennung wurde die Jugendzeit der Knepp in Schöneberg genannt. Im Juli 2008 begannen die Dreharbeiten zur Kinoproduktion Hilde – einer Verfilmung von Hildegard Knepps Autobiografie Der geschenkte Gaul. In der Hauptrolle ist Heike Makatsch zu sehen. Der Film feierte am 13. Februar 2009 im Berliner Friedrichstadt-Palast Weltpremiere, der Kinostart fand am 12. März 2009 statt. Am 10. September 2010 erhielt Hildegard Knepp einen Stern auf dem Boulevard der Stas in Berlin. Am 15. August 2012 wurde am Haus Leberstraße 33, in Berlin-Schöneberg eine Berliner Gedenktafel für sie angebracht. Anlässlich ihres 90. Geburtstages wurde am 18. Dezember 2015 das Tributealbum für Hilde veröffentlicht, für welches insgesamt 19 Popkünstlertitel von ihr neu interpretiert haben. Auf dem Album sind außerdem Lieder zu finden, die auf zuvor nicht veröffentlichten Texten basieren. Am 22. November 2018 ging der Wagen mit der Nummer 56 der Straßenbahn Ulm mit dem Namen Hildegard Knepp in Betrieb. Auszeichnungen, Ehrungen, Preise 1949, Preis als beste weibliche Darstellerin für Film ohne Titel beim Filmfestival Locarno 1951, Hand- und Fußabdrücke vor dem Premierenkino Graumens Chinese Theater, Hollywood 1953, Preis der französischen Filmkritik für ihre Rolle in La Fete à Henriette 1959, Verleihung des Bundesfilmpreises, Filmband in Silber für die beste weibliche Nebenrolle im Film Der Mann, der sich verkaufte 1968, Wahl zur besten deutschsprachigen Sängerin, 1969, Edison 1975, Bundesverdienstkreuz erster Klasse, für Verdienste um die Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland in der Welt, 1976, Goldene Filmpreisrolle als beste Schauspielerin für den Film Jeder stirbt für sich allein beim Carlo Vivari International Film Festival 1976, Mark Twain-Preis für die englische Ausgabe von Das Urteil 1977, Bundesfilmpreis, Filmband in Gold für das Gesamtwerk 1980, Goldene Tulpe 1993, Helmut Keutner Preis der Stadt Düsseldorf 1995, Verdienstorden des Landes Berlin 1996, Berliner Bär für das Lebenswerk 1996, Erste Trägerin des »Marlene«, Preises für Bühnenunterhaltung 1999, Diva Award für das Lebenswerk 1999, Preis für die erfolgreichste Jazz-Produktion des Jahres 2000, Goldene Kamera in der Kategorie Ehrenpreis Berlin 2000, Echo für das Lebenswerk 2001, Bambi für das Lebenswerk 2017, Zugtaufer einer der ersten neuen Intercity-Express-Züge nach Hildegard-Kneff